13. Mai 2023, Eröffnung, Goldstulle, Bönnekeim. Hey, yo, das sind Michael und Jonas. Und die beiden liefern frischen Wind mit ihrem Podcast. Und was kommt hier vor? Ja, zum Beispiel Geertalk. Kamera- und Tontechnik, vielleicht auch über Bierpong. Über die Medienbranche und den Alltag eines Fotografen. Jonas und Micha passen zusammen, so wie Boot und Hafen. Reden von Selbstständigkeit, sicher sind auch Gäste dabei. Von Kundenstories können spannend und auch lächerlich sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge BEcast. Heute Folge Nummer 8. Oh, mir fällt hier schon das Mikrofon direkt am Anfang um. Diesmal randaliert Jonas. Servus. Und hi, Michael. Hallo, Jonas. Wir haben es geschafft. Zwei Monate haben wir jetzt den Podcast schon. Und heute haben wir ein kleines Jubiläum mal wieder. Abgesehen von den zwei Monaten, die wir jetzt schon überstanden haben. Heute sind wir nicht zu zweit, auch nicht zu dritt, sondern heute sind wir zu viert. Yay. Heute haben wir zwei Gäste hier. Hier, stellt euch doch einfach mal kurz vor, wer seid ihr? Wie kommt's? Ja, ich bin einmal der Patrick Joos. Wir und der Jason Smith, genau. Wir betreiben ab dem 13. die Goldstulle in Bönnigheim, also ein kleines Restaurant. Soll dann so ein kleines Szenelokal werden, genau. Genau, und wir kennen uns schon länger. Du arbeitest ja hier auch am Carre-Store und so haben wir uns auch kennengelernt. So sieht's aus. Und Jason kam dann auch noch dazu über dich. Der hat uns tatsächlich damals auch ein bisschen Sachen transportieren geholfen, hier beim Einrichten vom neuen Studio. Da haben wir dich das erste Mal, glaube ich, auch gesehen. Genau, ich war heute echt überrascht, wie toll es hier geworden ist, vor allem der Boden einfach mega genial. Genau, und dann haben wir noch eine dritte Premiere, heute gibt's Bier im Podcast. Das ist eigentlich der Grund, warum ich dabei bin. Ja, also erst mal hier zum Wohl. Ach so, ja, genau. Da müsstest du mich groß noch so drehen. Da müsstest du sich alle erst mal vorkämpfen, also zum Wohl. Zum Wohl. Kellerbier. Rümer Goldochsen, passt ja zum Thema. Goldstuhle, Goldochsen. Extra wegen der Goldstuhle. Ja, heute wollen wir einfach mal so ein bisschen reden über euer Lokal zum einen. Also ihr seid da jetzt gerade ja noch in der finalen Planungsphase und wollen einfach das Thema mal so ein bisschen anreden. Wir hatten schon mal jemanden da, wo wir auch so ein bisschen über das Thema Selbstständigkeit und so geredet haben. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen mit euch auch in Sicht auf eine Öffnung von einem Restaurant so reden. Genau. Leg doch gerne einfach mal los. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen? Und genau. Ja, eigentlich wie es so oft ist. Der Patti hat eine andere Arbeit, ich habe eine andere Arbeit, aber wir haben schon immer gesagt, okay, es wäre voll megageil, einfach mal ein eigenes Restaurant zu haben. Haben das nicht wirklich aktiv, würde ich sagen, verfolgt. Und dann war es letztes Jahr im, ich glaube, es war im Oktober sowas. Ich glaube auch, ja. Ja. Sind wir durch Bönnikam durchgelaufen und haben gesagt, jetzt wäre der richtige Moment für ein Restaurant. Und Patti hat auch gemeint, ja, jetzt wird es passen. Und ich glaube, eine Woche später oder so haben wir dann mitbekommen, dass ein Restaurant in Bönnikam abzugeben ist. Und wie es halt oft ist, man redet drüber und auf einmal kommen die Sachen auf einen zu. Und, ja, an und für sich war es eigentlich nicht ganz der richtige Moment, weil bei mir stand eine größere Reise an, von drei bis vier Monaten ins Ausland gehen und dann direkt davor noch irgendwie ein Restaurant übernehmen. Mir war ambitioniert, aber, ja, man muss die Chancen dann nehmen, wenn sie kommen. Cool. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also, er hat alles so erklärt, wie es war. Aber eigentlich war es eine Whisky-Idee. Eine Whisky? Wir hatten einmal ein bisschen zu viel Whisky, genau, und dann haben wir entschieden, ein Restaurant aufzumachen. Aber ganz ehrlich, dann entstehen immer die besten Ideen, also das war… So sieht es aus. Das stimmt. Da kommt man auf die besten Ideen. Absolut, absolut. Ja, Patrick, du hast ja auch so ein bisschen den Koch-Hintergrund. Du bist ja gelernter Koch, wenn ich das richtig sage. Genau, genau. Und so kam ja dann, denke ich, auch nochmal so ein bisschen die Richtung dann, oder? Ja, so die Expertise habe ich auf jeden Fall. Bin gelernter Koch, habe von 2010 bis 2013 Koch gelernt. Und habe dann auch noch zwei Jahre Hotelfachmann hinterhergehängt. Wollte eigentlich mal in die Food-and-Barrell-Witch-Schiene. Aber es war dann irgendwie von den Arbeitszeiten her, hat sich das irgendwie ein bisschen gebissen. Okay. An ein Privatleben oder auch nicht. Oder das nicht vorhandene Privatleben. Das nicht vorhandene Privatleben, genau. Wie wollt ihr es dann jetzt bei eurem neuen Lokal machen? Also wenn du sagst, das war schon immer so ein bisschen das Problem, keine Wochenenden zu haben. Jetzt macht er doch ein Restaurant auf. Ich würde sagen, einer der wichtigsten Punkte in dem Restaurantthema für uns ist, dass wir das nicht machen, weil im Vordergrund steht, damit Geld zu verdienen und unseren Lebensunterhalt damit zu bestreiten, sondern mehr unseren Traum zu verwirklichen. Wir haben beide Jobs, von denen wir gut leben können und haben aber diesen Wunsch, unbedingt eine eigene Gastronomie zu führen. Und ich würde sagen, das nimmt extrem viel Druck erstmal aus der Sache heraus. Und so können wir das mit viel mehr Leidenschaft auch angehen und eben nicht immer diesen finanziellen Druck im Hintergrund zu verspüren. Heißt, wir werden erstens auch nicht jeden Tag im Restaurant tätig sein, aber vor allem am Wochenende, dann wenn viel los ist, da wollen wir auch da sein. Dann ist es aber nicht klassisch, dieses normale Arbeiten mit dem Druck, sondern es ist mehr wie einem Hobby nachgehen. Und ich freue mich jetzt schon einfach, mit einem Paddy dort in der Küche zu stehen, im Service zu sein und Spaß zu haben. Wie weit ist denn so der aktuelle Stand? Also ihr habt da jetzt vor einem Monat fast, oder wann habt ihr die Schlüssel? Am 1. April, genau, haben wir die Schlüssel bekommen. Wir sind auch schon relativ weit. Es fehlen noch ein paar Sachen. Also gerade so ein Teil der Stühle fehlt noch, ein bisschen Deko und einfach noch ein bisschen Organisationssachen, die fehlen halt noch. Aber wir haben ja noch Zeit bis zum 13. Da ist die Deadline, da muss alles stehen. Also fürs Protokoll heute ist der 22. Da haben wir ja noch über zwei Wochen Zeit. Also entspannt. Erzählt doch mal, was ist euch jetzt schon während der ganzen Phase begegnet, was so Hürden waren oder Stolpersteine. Es gibt ja nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Ihr könnt ja mal beide Sachen beleuchten. Also wir hatten es schon im Vorgespräch von den Stühlen und die Stühle war wirklich, das war wirklich ein Problem. Das hat uns eineinhalb, zwei Wochen gekostet. So Nerven, also wirkliche Nerven gekostet. Weil das Problem ist, die Stühle, die wir haben, sind so schöne Armlehnenstühle und die haben halt nur eine Sitzbreite von 41 oder 42 Zentimetern. Und dann hat man wieder das Problem, jemand mit einer breiteren Hüfte zum Beispiel, der geht da halt einmal rein, aber kommt nicht mehr raus. Das hat er schön formuliert, gell? Ja. Ich wollte es gerade sagen, richtig, politisch. Ja, wie soll man es denn sonst machen? Also muss man ja politisch korrekt. Genau. Nee, das war echt so ein Problem, was wir hatten. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, was hat man sonst noch? Ja, also wieder eine schöne Sache, weil wir waren uns eigentlich von Anfang an einig, so über das Konzept, wie es aussehen soll, hatten da unsere Vision und Probleme treten die ganze Zeit auf. Das kennt ihr von eurem Umbau von hier. Aber dann geht es einfach darum, jedes Problem zu nehmen, zu lösen. Das Stuhlthema hat uns wirklich lang beschäftigt, aber wir haben noch ein paar Stühle übrig. Wir haben ja gerade schon gehört, hier besteht ein Stuhl. Wir hatten es ja schon mal in der Folge, Michael, unser Stuhlsammler. Also ich muss das nochmal ganz klar für unsere Zuhörer aufdröseln. Ich sammle keine Stühle, sondern ich setze sie gezielt bei den passenden Events ein. Man kann sich alles schön reden. Das ist richtig. Aber jetzt wechseln wir nochmal das Thema von den Sitzgelegenheiten eigentlich auf tatsächlich eure Ausrichtung von der Goldstulle. Also die Goldstulle ist der Name und Goldstulle wird ja auch Programm sein. Jetzt erzählt doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was habt ihr geplant? Was erwartet den Gast, was erwartet den Konsument, wenn er zu euch in die Goldstulle kommt? Stullen. Also unser Hauptaugenmerk genau liegt auf Stullen. Wir haben einen richtig geilen Bäcker hier aus Kirchheim. Der backt noch wirklich traditionell, ohne Backmischung. Der macht seine Brote komplett selber und ja, also einfach so ein bisschen diese Regionalität auch noch mit dabei. Und ja, so in die Richtung soll es gehen. Wir haben natürlich auch noch Bowls. Und ja, was haben wir sonst noch? Ein bisschen was Süßes. Ja, also für uns war die Karte im Grunde genommen, wir lieben Gastronomie, wir lieben Kulinarik. Wir sind verbunden mit der Region hier. Wir lieben aber noch was anderes, das ist das Reisen. Das ist Mark der Party, ich liebe es. Und deswegen war unser Ansatz, wir wollen eine Karte auf die Beine stelle, die irgendwie international inspiriert ist. Viele zum Beispiel aus Südostasien, aber auch aus Süd- und Zentralamerika. Aber dann wiederum auf der anderen Seite mit regionalen Zutaten, regionalen Lieferanten. So kommt zum Beispiel auch gerade im Frühstücksbereich unsere Smoothie Bowls. Das gibt es natürlich hier auch schon. Wenn wir uns aber anschauen, wo es eigentlich herkommt, ist es irgendwo von Südostasien rübergeschwappt nach Europa. Und das, ja, da legen wir einen großen Augenmerk drauf. Genauso wie eben auf die Stohlen, wo wir sagen, okay, die sind richtig cool belegt, also fancy. Am Ende eben auch, dass man sagen kann, hey, davon will ich ein Bild machen, weil der Teller sieht einfach geil aus. Und es soll aber nicht nur gut aussehen, sondern es soll am Ende auch gut schmecken. Und eben auch noch regional verwurzelt sein. Und deswegen schauen wir, dass wir die meisten Lieferanten, soweit es eben möglich ist, aus der Region bekommen. Cool. Also es soll auch so ein bisschen so ein Instagram-tauglicher Laden sein, dass man da richtig schick auch sein Essen serviert bekommt und nicht nur auf den Teller geklatscht, sondern darf auch was gleich sehen. Ja klar, es ist ja auch ein Gratis-Marketing sozusagen. Also wenn jemand kommt und den geilen Teller fotografiert und das dann in Instagram gleich hochlädt und dann auch noch mit der Goldstulle, ja, halt in einen Tag setzt, dann ist es schon geil. Cool. Und gibt es dann, also ihr habt gerade schon gesagt, Frühstück. Wollt ihr dann Frühstück, Mittagessen, Abendessen? Oder wie ist da bei euch so der Gedanke, also wann werdet ihr offen haben oder wie ist da euer Plan so? Also wir werden keine klassische Abendgastronomie sein, sondern einen sehr großen Augenmerk auf das Thema Frühstück, Brunch haben. Wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen, dass wir jeden Sonntag den Goldstuhl-Brunch anbieten werden. Und da möchten wir eben ein bisschen herausstechen gegenüber den anderen Cafés und Restaurants, die es eben schon gibt, um zu sagen, okay, Brunch, der kann auch mal ein bisschen aufwendiger sein, schön abwechslungsreich und nicht so eintönig. Da hilft uns sicherlich auch ein bisschen unsere Kalkulation, weil wir sagen, wie am Anfang schon erwähnt, müssen am Ende nicht zwingend davon leben. Das macht die Kalkulation natürlich wesentlich einfacher. Da muss der Gewinn nicht ganz so groß sein wie bei Leuten, die davon wirklich, sage ich mal, Haus und Hof zahlen müssen. Aber erzähl doch mal unseren Zuhörern, wenn du magst, was du in deinem normalen Berufsalltag so machst. Nichts. Ich glaube, das wäre zu einfach. Also eigentlich, in der Hinsicht bin ich absolut branchenfremd dann. Ich komme eher aus dem Immobilien-Investment-Sektor, habe lange Zeit für eine Bank gearbeitet im Wealth-Management-Bereich und jetzt seit ein paar Jahren eine eigene Firma und dort im Immobilien-Investment-Sektor. Aber mehr so im Professionellen. Es ist sehr komplex, jetzt kurz in einen Satz zu packen. Genau. Und deswegen eher auf dem Bereich Restaurants und Gastronomie eher mal auf der anderen Seite gewesen. Also ich gehe unglaublich viel essen. Lag sicherlich auch an dem Banker-Job, da war es normal. Man ist jeden Tag essen gegangen. Aber ich habe mit dem Paddy auch jahrelang zusammen in der WG gewohnt. Das heißt, ich habe das Gastro-Thema eigentlich hautnah trotzdem miterlebt. Das lag halt daran, ich lag schon im Bett ein paar Stunden geschlafen. Dann irgendwann wurde ich nachts geweckt. Das war dann, wenn Paddy nach Hause gekommen ist vom Arbeiten. Und ja, trotzdem, wir haben immer viel zusammen gekocht. Also ich glaube, wir lieben beide das Kochen, das Genießen. Und für uns ist es auch irgendwie eine kurze Auszeit, wie ein Kurzurlaub. Und das, denke ich, sollte das Ziel von einem Restaurant sein, dass man kurz im Alltag entfliehen kann, genießen kann, gedanklich ein bisschen abschweifen kann. Aber ihr seid ja nicht nur zu zweit, ihr habt ja noch einen dritten Kompagnon im Bunde. Was ist denn seine Aufgabe oder wer ist das? Wir können den ja kurz mal umreißen. Wir haben ihn jetzt hier leider nicht direkt sitzen. Der musste arbeiten. Leider muss er es tun, ja. Ja, also das ist der Georg. Der Georg betreibt momentan das Hüftgold in Bönigheim. Ist auch ein Frühstücksrestaurant. Ist auch ein bisschen fancy eingerichtet. Alles schön im Pink und, ja, und Name ist Programm. Hüftgold, schön viele Torten und Sonstiges. Und ja, dass ein guter Freund von uns ist und wir in Bönigheim halt was aufmachen, ja, hätte ich gesagt, nehmen wir den mit ins Boot. Sehr cool. Ja. Ja. Ich denke, dadurch entsteht auch eine ganz coole Symbiose. Weil wir haben hier mit dem Paddy wirklich jemanden, der sich mit der Gastro auskennt, auch von der Fachexpertise her. Gelernter Koch, gelernter Hotelfachmann, hat wirklich eine fachliche Eignung. Der Georg ist der Älteste in unserem Bunde, hat ein bisschen mehr Lebenserfahrung, betreibt auch schon lange eben sein Café, kennt dadurch gute Zeiten, schlechte Zeiten. Er ist durch Corona durchgegangen, was für jeden Gastronomen eine superschwierige Zeit war. Und ich würde sagen, okay, was mache ich jetzt dann? Ich ergänze dann das Team auf der Seite, wo, glaube ich, viele Gastronomen ein bisschen eine Schwäche haben. Das ist die betriebswirtschaftliche, kalkulatorische, planungstechnische Seite. Und ich denke, das ist ein mega Team einfach, wo wir uns super ergänzen können. Da stehen mal Diskussionen, was wichtig ist und dadurch kommen wir weiter. Ja, und jeder bringt nochmal so einen anderen Blickwinkel, sag ich mal, mit rein. Ich finde das mega cool, dass ihr drei mit dem Jason dann, also als dritten oder als ersten oder wie rum man das so formulieren möchte, jemanden im Boot habt, der mit Zahlen umgehen kann. Weil das ist tatsächlich, glaube ich, für viele, wenn da jemand dabei ist, der sagt, er möchte sich selbstständig machen, das ist für viele ja gar nicht überschaubar, dass man unternehmerisch denken muss. Auch wenn man jetzt sagt, okay, die Gewinngeschichte, wie ihr schon gesagt habt, das ist ein Passion-Projekt, das ist jetzt nicht die Zielvorgabe, damit jetzt reißende Absatzzahlen zu generieren oder dass man jetzt einen haargenauen Businessplan hat, wo man sich durchhangelt. Aber es ist trotzdem wahnsinnig wichtig, jemanden im Boot zu haben, der so denkt oder zumindest mal dieses Denken, für den das im Alltag Routine ist. Und ich will kurz da mal ausschweifen, weil es einfach uns sehr, schon von Stunde Null an in unserer Selbstständigkeit beschäftigt hat. Und zwar dieses Thema, als wir bei der Unternehmensberaterin waren und diese Frage gestellt haben, unsere Unternehmensberaterin bei der Handwerkskammer damals, warum fährt der Pizzabäcker im ersten Jahr seinen dicken BMW, im zweiten Jahr auch noch, im dritten Jahr hat er kein BMW mehr und kein Restaurant mehr und ist pleite. Da gibt es dann dieses magische Wort Einkommenssteuer oder dieses magische Wort Steuervorauszahlung. Alles so Sachen, die mit Zahlen zu tun haben. Und wenn man das nicht im Blick hat, dann kann es einen ganz schnell wieder von der Bildfläche entfernen. Und deswegen beende ich jetzt meinen ausschweifenden Kommentar dazu, aber wollte es einfach noch mal so in die Runde schmeißen. Ja, das stimmt absolut. Ah, da entstehen auch mega lustige Diskussionen. Das ist, ich, also ich genieße es auch. Das ist dann, nehmen wir einen Georg, der sagt, okay, komm, ich will das noch kaufen und das und das. Und dann hole ich meinen Laptop raus, packe es in die Kalkulation und sage, ist nicht. Ja, aber das ist irgendwie auch toll, weil jeder hat so seine Stärken und Ich denke, das macht es am Ende dann auch aus, also dass jeder so seinen Hauptschwerpunkt hat oder von dem, wo er sich gut auskennt und dann ergänzt man sich, wie du vorher schon gesagt hast. Ja, Patrick, dann würde ich dich mal noch fragen, was machst du denn so neben eurer Goldstulle? Wir haben in Löchgau, also ich betreibe mit meinem Vater zusammen den Kärcher Storios. Ja, Name ist Programm, also alles, was die Reinigungstechnik hergibt, machen wir. Wir vertreiben nicht nur, wir machen auch Reparaturen, wir fahren zum Kunde. Wir, ja, also ein Allround-Service für Firmen, die halt die Reinigung brauchen. Genau, und dazu bist du gekommen wegen besseren Arbeitszeiten oder? Also anderen, ich sage nicht besser, anderen Arbeitszeiten wie in der Gastronomie. Das sind schon bessere Arbeitszeiten, so muss man schon sagen. Also man hat die Feiertage frei, Wochenende frei, man hat seine normalen Stunden, die man arbeitet am Tag und einen besseren Verdienst, also von dem man kann es eigentlich nur, ja, man kann eigentlich nur gewinnen dadurch. Außer man arbeitet bei der Goldstulle, dann sind die Arbeitszeiten toll. Der Verdienst ist auch gut, also. Ja, also falls die Zuhörer hier noch jemanden kennen, der gerne im Service arbeitet, wir suchen noch. Gut. Also auch wenn einer von euch Lust hätte. Genau. Ja, du. Also ich weiß nicht, ob es bis zum Kunden ankommen würde. Ich denke, das vernichte ich dann schon in der Küche, das wäre nicht sinnhaft. Ich glaube, ich würde sehr schnell rausfliegen bei euch. Das glaube ich nicht. Also wenn du das jeden Tag um dich rum hast, wenn du das mal zwei Wochen machst, dann hast du da auch keine Lust mehr drauf. Ja, okay. Also jetzt noch für unsere Zuhörer nochmal zu der Kennenlern-Story, zu dieser romantischen Kennenlern-Story, wie wir Patrick kennengelernt haben. Es gab dann mal zwei Jungs plus Anja, die ein Studio in Löchgau benommen haben, das, ich nenne es mal gelinde gesagt, leicht versifft war und auch spezielle Böden, spezieller Dreck. Und ich habe sehr viel gelernt von Patrick. Der hat dann einfach mir erzählt oder uns erklärt so, ja, Dreck schichtet sich immer Schicht für Schicht auf. Also ich erzähle es jetzt mal sehr laienhaft. Und man muss halt auch Schicht für Schicht den Dreck wieder runternehmen. Ich mache die Kurzversion. Wir haben einfach ein Gerät gebraucht, um diesen ganzen Bums sauber zu machen. Und sind dann sehr schnell übers Internet auf den Kirchhaus-Storyos gestoßen. Und dann in dem Fall auf den Patrick, der dann auch sehr schnell erkannt hat, okay, die haben keine Ahnung, die brauchen Hilfe. Da hat uns erstmal ein kleineres Gerät gedacht, das würde damit funktionieren. Nach einer Stunde kamen wir wieder und dann gab es ein größeres Gerät. Und dann kam auch Elcheffe selber vorbei und hat uns gezeigt, wie das funktioniert. Ja, aber es hat ja dann am Ende ganz gut funktioniert. Also der Boden war, ist dann von Grau wieder schön in das Weiße rein. Ja. Und von dem her hat alles gepasst. War geil. Das Gerät gab es sogar noch umsonst. Also von dem her, weil ich ja neu gegründet habe, gab es Gerät noch umsonst mit dem Reinigungsmittel. Das passt perfekt. Genau, und dann gab es eigentlich im Prinzip dann eine gewisse Zeit, die dann so ins Land ging. Jeder hat so sein Ding gemacht und dann kam das magische Wort BNI. Du kannst ja gerne dazu auch noch was erzählen. Ja, das Business Network International, genau, ist ein Unternehmertreffen jeden Donnerstag. Da sind verschiedene Sparten unterwegs. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Anwalt, ein Elektriker, dann hat man wieder einen Heizungsbauer, dann einen Unternehmenscoach und so weiter und so fort. Und da haben wir uns eigentlich wirklich, ja, sagen wir mal, besser kennengelernt. Du hast uns da hingeschliffen. Ich habe euch gezwungen, da hinzugehen, genau. Patrick hat angerufen, ja, hättet ihr da nicht Bock drauf? Bitte. Bitte, ich muss da jemanden mitbringen. Das ist dann meine letzte Rettung. Ich habe betend gekniet in meinem Büro, genau, wo ich euch angerufen habe. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der Patrick schon so lieb fragt. Es gab ein Frühstück umsonst, glaube ich, richtig? Ja, stimmt, beim ersten Frühstück hat er uns eingeleitet. Also, wenn er passt. Stimmt, ja. So sieht es aus. Ja, und dann waren wir auch ein Jahr lang mit im BNI, haben da auch coole Leute kennengelernt. Absolut. Und dann war es zeitlich nicht mehr möglich. Ja, dann kam bei uns Neckars-Ulm unser zweites Studio dazu und so. Dann war es für uns einfach zeitlich nicht mehr möglich, da jeden Donnerstagmorgen anzutanzen. Aber so an sich war es schon auch eine coole Zeit. Absolut. Man lernt halt da wirklich verschiedene Menschen kennen. Das finde ich halt ganz cool. Ja, das Coole ist halt, dass man wirklich, von jeder Sparte ist einer dabei, also zumindest jede Sparte, die dann halt in dem Moment besetzt ist. Aber es ist auf jeden Fall schon cool, wenn dann einfach verschiedene Leute, es sind nicht nur Fotografen, nicht nur Videografen oder nicht nur Reinigungsleute da, sondern es ist von jedem Zweig, den es so, sag ich mal, auf der Welt gibt oder so in der Region jemand dabei. Boah, ich glaube alles nicht. Ja, aber so. Dann wären wir zu groß. Ja, aber so die gängigsten Sachen, genau. Wie war das nochmal? Bestatter ist jetzt nicht so die Key-Branche, die da abreißende Absatzzahlen generieren kann. Warum nicht? Also jeder muss irgendwann mal sterben und braucht einen Bestatter. Ja, es klingt hart, aber ist so. Es klingt hart, aber ist so. Aber die Themen waren heute schon richtig tief, ich merke es schon. Nee, jeder braucht einen Bestatter. Du bist tot, alles dabei heute. Ja, wie ist jetzt euer Plan? Ihr startet jetzt im Mai und dann, wie wollt ihr weiter verfahren? Ich habe doch irgendwas gehört vom Thema Events. Jetzt packt doch mal aus, was habt ihr da geplant. Ich habe auch schon mal das Wort Afterwork irgendwann gehört. Ihr habt doch so ein paar Sachen, jetzt packt mal richtig aus hier. Erzähl mal, was geht da so bei euch? Also abseits von Frühstücken kommen und. Ja, also wir haben vor einmal im Monat mindestens, wollen wir ein kleines kulinarisches Event machen. Das heißt, gerade zum Beispiel mit der Goldstulle haben wir das Ding mit der Brotschmiede. Wir haben ja eine Kooperation mit dem Bäcker und da ist genau das Thema, dass man vielleicht auch mal den Bäcker einlädt, dass er auch eine Werbung für sich macht, erklärt, wie werden die Brote gebacken und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt speziell dafür ein Menü, eine Weinbegleitung dazu und so weiter. Und das kann man vielfach ausführen, indem man sagt, wir haben hier zum Beispiel ein Weingut. Weingut XY will ihre Weine vorstellen und wir machen dann das passende Menü dazu. Und so soll das aussehen. Und wir lassen uns natürlich auch international inspirieren, gerade von Reisen. Also es gibt mal einen mexikanischen Abend, einen Thai-Abend. Also ein bisschen Themenabende dann. Genau, genau. Ja, wenn wir ehrlich sind, wir haben so viele Ideen in dem Bereich. Wir haben locker schon drei Jahre ausgeführt. Also ja, ich glaube, es fehlt nachher nicht an Ideen. Es geht eher darum, wir müssen die auch zeitlich irgendwie unterbekommen, aber vor allem einmal im Monat möchte man so ein bisschen auch einen Feindining-Abend machen, wo wir sagen, okay, komm, lass mal den Bönnikheimer zeigen oder Bönnikheimer und der Umgebung, was eigentlich in der Küche möglich ist. Und das aber zu vernünftigen Preisen. Also unser Ziel ist jetzt nicht, hier irgendwie ein Restaurant aufzumachen, wo man nachher 120, 150 Euro für so ein Mehrgang-Menü bezahlt. Wir wollen aber mal zeigen, okay, was ist eigentlich möglich und das eben zu einem vernünftigen Preis. Also ein bisschen den Horizont erweitern, oder? Genau, genau. Genau, also zum Beispiel die, sagen wir jetzt mal die Karotte. Die Karotte kann man auf 15 verschiedene Arten machen, in 15 verschiedenen Texturen. Und genau da wollen wir hin, dass man einfach die regionalen Produkte auch rausstellt, dann in dem Sinn. Wir sind auf jeden Fall hyped, also. Absolut. Ihr seid euch herzlich eingeladen. Mich hätte noch, ich habe noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Wie hat denn euer Umfeld reagiert, als dann mal so irgendwann der Groschen gefallen ist? Okay, der Traum, den gab es ja schon immer. Also es gibt ja so, jeder hat schon seine eigene Bucketlist oder so, Löffelliste oder wie auch immer, wo man dann sagt, okay, ich möchte, keine Ahnung, nackt auf Mount Everest stehen oder so. Also es ist jetzt nicht mein Wunsch, aber ein bisschen kalt da oben. Aber keine Ahnung, dass man sagt, okay, ihr habt jetzt den Traum gehabt, ihr wollt... Wie kalt, so kalt. Jeder hat sich das vorgestellt. Also, Punkt, Punkt. Bei jedem Kratzerkopf. Ich auch. Nee, war immer kalt. Punkt Nummer eins hier im Podcast, das muss ich jetzt mal ganz klar ansprechen. Leute, die jetzt hier auf YouTube zugucken. Patrick, Jason und ich haben normale Mikrofone. Warum hat Jonas den Größten? Warum ist das so? Hier sind tiefgängige Sachen am Werk, die will er uns bloß nicht verraten. Also gehen wir nochmal auf meine Kernfrage ein, die wir jetzt... Holt euch mal vier Mikrofone, I'm sorry, irgendwie muss man dann halt sich mal rumprobieren. Ja, sagt der mit dem größten Mikrofon. Also gehen wir mal auf das Kernthema ein, ohne dass Jonas jetzt immer den Größten hat, sondern gehen wir auf das Kernthema ein, wie hat euer Umfeld reagiert? Boah, das sind schon echt bittere sprachliche Bilder. Jonas hat den Größten und der eine steht nackt auf dem Mount Everest. Mit dem Kleinen. Mit dem Kleinen. Ja, sehr kalt. Ja, und heute mal ein bisschen eine lustigere Podcast-Folge. Also meine, ich war gespannt bei meinen Eltern, aber da war es mehr so, ja, finden wir richtig cool, du hast Bock da drauf und mach das. Ich glaube, sie waren abgehärtet, ja, wo ich damals noch bei der Bank war, gekündigt habe, gesagt habe, ich baue eine eigene Firma auf. Dann kam eine nächste Firma dazu, nochmal eine. Da war das dann ja mehr so, okay, der macht das schon. Aber sonst, das Umfeld war gemischt. Ich glaube, viele Kinder wollen einen scheitern sehen. Das ist, glaube ich, egal, was man macht, solche Menschen gibt es immer. Sollte man als Motivation sehen, es eben doch zu schaffen. Aber sonst waren echt, bei mir muss ich sagen, wenig Überraschungen. Bei dir? Eigentlich auch nicht. Also meine Frau hat gemeint, ja, coole Idee. Macht er. Meine Mom war auch überzeugt. Mein Dad war noch so ein bisschen zwiegespalten, natürlich wegen dem anderen Teil vom Geschäft. Aber mittlerweile, muss man sagen, feiert das auch, genau. Spätestens, wenn er dann mal zum Frühstücken bei euch sitzt. So sieht es aus. Ja, nee, also das war eigentlich echt recht entspannt. Und also wir merken jetzt auch die Unterstützung. Also Freunde fragen, hey, können wir irgendwas helfen? Bisher musste man noch nicht groß darauf zurückgreifen. Wenn man viel selbst, haben ein paar Handwerker natürlich, weil von innen wird wirklich alles komplett umgebaut. Stühle neu, deswegen, wir haben ein paar Stühle übrig. Die bringt man natürlich dann hierher vorbei. Ist gar kein Problem. Und ja, also es macht mega Spaß. Ich habe nur eine Kamera neu gestartet. Keine Sorge, alles läuft weiter. Ich habe schon gedacht, was macht er jetzt? Hier steht auf. Geht er jetzt aufs Klo? Ab und zu macht er das auf Everest. Ab und zu macht er das auf Everest. Mit dem Großen wollte er dann mal zeigen. Ja, okay. Also total, total spannend. Aber okay, also gab es noch irgendein Feedback oder sowas? Also klar, die Leute wollen einen Scheitern. Ich glaube, das ist aber in dieser ganzen Selbstständigkeitsnummer. Ich weiß nicht, wenn du schon ein paar Firmen gegründet hast, dann wirst du ja immer dieses, die anfängliche Skepsis. Und man hat ja selber irgendwie dann Euphorie da drin. Und ja, okay. Ich bin gespannt, wie es dann, die Realität wird es ja dann zeigen, wie es rüberkommt. Und ja, es ist jetzt natürlich mal was ganz anderes. So eine Gastronomie hat ganz andere Tücken, die man bewältigen muss. Ansonsten ist ja, es gibt so ein paar Grundthemen, die ist bei jedem Unternehmen eigentlich gleich. Also ob ich jetzt eine Investmentfirma aufmache, ein Fotogeschäft, Marketingthemen. Es gibt ein paar Grundthemen, die sind immer dieselbe. Und so hat eine Gastronomie eben, aber auch ein paar Einzelheiten, die nur auf die Gastro zutreffen. Und das macht auch mega Spaß. Man entwickelt sich weiter, man lernt jeden Tag. Also ich finde es geil. Sehr cool. Gibt es für den Eröffnungstag noch freie Plätze? Vor ein paar Tagen habe ich einen Post gesehen, wo es hieß, vereinzelt, Leute, vereinzelt gibt es noch Plätze. Wie sieht es aus? Er hat die Programmübersicht hier. Also er hat die Reservierungsübersicht. Er gibt ja auch nichts ab. Muss alles selber machen. Nein, am Anfang schon, aber das kommt, genau. Ja, also am Eröffnungstag sind wir vormittags auf jeden Fall komplett ausgebucht. Am Nachmittag, ein, zwei Plätze sind noch frei. Aber klassisch, einfach vorbeikommen. Wir werden viele Specials machen, wo wir die Leute ein bisschen überraschen wollen. Und am zweiten Tag ist ja der Muttertag. Da sind wir tatsächlich am Vormittag oder bis zum, ja bis so 14 Uhr komplett ausgebucht, machen den Muttertagsbrunch. Danach haben wir noch freie Plätze. Freuen wir uns natürlich über jeden Gast. Wir hoffen, dass gutes Wetter wird. Dann können wir außen bestuhlen. Wir drücken die Daumen. Ja, und wir freuen euch auf euch natürlich. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch mega, dass wir fotografisch und videografisch für euch tätig sein dürfen. Wie sieht es aus, bietet ihr To-Go an? Das ist ja, wenn jetzt kein Plätzchen mehr frei ist und man doch Bock auf eine Stulle hat, kann man bei euch vorbeischneiden und man kriegt was auf die Hand? Ja, klar. Also To-Go macht man die Stullen, die Bowls, also je nachdem, was ihr wollt. Das mit der Hand übrigens. Wir hatten eine kurze Story dazu für euch, also auch für unsere Zuhörer. Als wir diese Umbauphase hatten, irgendwann kam auf einmal, unser Vermieter hat auch Umbauphase gehabt bei sich drüben irgendwie, kommt er auf einmal reingerannt, hey, hätten sie so eine Handvoll Montagekleber? Und der Jonas fand das ultra, ultra witzig. Hand auf, wir schrücken mal ein bisschen was rein. Das so zum Thema auf die Hand. Also das bietet ihr auch an, für den Arbeitswütigen, der sagt, okay, ich düse durch, Bönnigheim durch und kann mir da ... Fahr bei der Goldschule vorbei, hol mir was To-Go. Definitiv, ja. Perfekt. Nachhaltig verpackt. Sehr geil. Dann fasst doch nochmal allumfassend abschließend nochmal ganz kurz die Hard Facts zusammen. Also, ab dem 13. Mai geht's los. Am Eröffnungstag wird's eng, aber jetzt erzählt mal, jetzt macht mal die Hard Facts nochmal ganz kurz. Zack, zack, zack. Pitch mal jetzt ein bisschen. Ähm, was soll ich denn da jetzt pitchen? Hä, du wachst doch nicht, du wachst eine BNI. Das ist eine Pro-Kunde. Die BNI geht zum Pitchen. Da geht's ums Pitchen. 13. Mai, 2023. 13. Mai, 2023, Eröffnung, Goldstulle, Bönnigheim. Und wir haben noch vereinzelt freie Plätze. Also, Stullen, Bowls. Stullen, Bowls. Wechselnde Tageskarte, Mittagstisch. Und Events. Und Events. Genau. Wir haben ein verdammt geiles Curry. Boah, das ist ... So, und jetzt bin ich zufrieden. Jetzt habt ihr nämlich wunderbar gepitcht und wir haben jetzt alle Hard Facts nochmal gehört. Ja, da kriegt man richtig Hunger. Also, nur an die Leute da draußen, wir sind morgen bei denen und sind da beim Probekochen und Essen dabei. Also, wir sind hier ... Also, wir kochen nix, sondern wir essen nur und machen ein paar Bilder. Patti kocht. Der kann das auch. Ja, das sollte ich können, ja. Ich hab's ja mal irgendwann gelernt. Also, ich hab schon mit Patrick schon einmal, schon ein, zwei Mal gekocht. Und ihr habt noch keinen gesehen, der so entspannt hinterm Herd steht wie die Patti und der lässt sich da nicht aus der Ruhe kommen. Der sagt selber zu mir so, boah, wenn da ... Michael, wenn da so 30 Bongs oder so stehen, dann wird's spannend. Dann wird er warm. Das ist geil. Ein Schnitzelchen oder einmal, was haben wir zusammen ... Wir haben Kartoffelkarteur zusammen gemacht. Da gähnt der. Das findet er langweilig. Das ist ja auch langweilig dann. Also, wenn du wirklich in der Gastronomie arbeitest und du hast ja dann 30 Bongs hängen, dann ist das ein Stresslevel. Das wurde ja schon mal wissenschaftlich bewiesen. Das ist wie ein Kampfjetflieger. Ist wirklich so. Also, mit diesem Druck vom Kampfjetflieger halt in den zweieinhalb, drei Stunden, wo du die Küche hast, hast du diesen Pegel. Und das macht halt richtig Spaß, weil das ist einfach nicht negativer Stress, sondern es ist positiver Stress. Ich hab grad ein wildes Bild im Kopf, wie du in einem Kampfjet irgendwelche Spiegeleier machst. Über die Mount Everest fliegt. Und dann guckt er runter und sieht da jemand, der nackte Mount Everest steht und ihm zuhinkt. Mit der Stuhl in der Hand. Gut. Und da gibt's auf dem Mount Everest noch ein paar Stühle und dann sind wir alle glücklich. Hammer. Wahnsinn. Und ein großes Mikrofon, ne? Und ein großes Mikrofon, genau. Damit bedanke ich mich erstmal, dass ihr vorbeigekommen seid, hier eine Runde mit uns zu quatschen. Wir werden die ganze Sache auf jeden Fall wiederholen, wenn dann mal euer Restaurant steht und dann quatschen wir mal, wie denn so alles dann abgelaufen ist an der Öffnung und den folgenden Tagen, Wochen. Genau, und an unsere Zuhörer-Zuschauer, ihr dürft euch dann in der Zukunft eigentlich ganz arg freuen. Wir werden den Podcast mal mobiler gestalten. Also wir werden dann mit dem Podcast hausieren gehen und Fremdenstrom verbrauchen. Genau. Also dann sind wir nicht mehr nur hier in unserer Blackbox, sondern sind auch mal bei den Leuten vor Ort. Ich denke, das ist dann auch für die ganze YouTube-Geschichte mit Video ein bisschen spannender, wenn man nicht immer nur hier im dunklen Loch sitzt, sondern auch mal ein bisschen raus in die Welt kommt. Dann danke fürs Vorbeikommen. Vielen Dank. Wir wünschen euch noch einen da draußen schönen Mittag, Abend, wie auch immer, wann ihr den Podcast hört. Und wir trinken unser Bier. Wir trinken unser Bier jetzt noch gemütlich leer. Aber eigentlich haben wir zu danken, dass wir da sein dürfen. Hat noch Bier im Kühlschrank? Also wenn die Aufnahme vorbei ist, trinken wir noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück und dann fahren wir schön nach Hause. Ja, genau. Mit dem Taxi natürlich, mit dem Taxi. Immer. Alles klar. Also dann bis zur nächsten Folge und ciao. 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 Hat es dir gefallen? Dann gib uns doch einen Daumen hoch. Wir sagen bis zum nächsten Mal, wir auf dem Pausenhof. Danke fürs Einschalten und Zuhören, das schätzen wir. Wir freuen uns auf jeden und wir sind noch etwas länger hier. Bis bald. Ciao, ciao.